Treibstoff für Körper und Geist Sieht aus wie Sitzen, trainiert aber und wirkt. Unser sensomotorisches System. Ein komplexes Steuer- und Regelsystem aus Rezeptoren, Nervenbahnen, Zentralnervensystem und Muskulatur. Sehen wir uns hierzu das Gehirn an, die Schaltzentrale unseres Körpers und sozusagen Übermittler der Bewegungsbotschaften zur Muskulatur. Schneller als ein Hochleistungsrechner verarbeitet unser Gehirn in Millisekunden Milliarden von Daten. Dank der Bewegungsimpulse des 3D-Sitzwerk ist das Gehirn in der Lage, die Bewegungsprogramme, die unseren Körper so zuverlässig steuern, ständig zu aktualisieren und zu präzisieren, dass auch bei Sitzmarathons alles im grünen Bereich bleibt und so die geistige Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Ohne Bioswing-System ist die neuronale Vernetzung im Gehirn unzureichend und führt zu Konzentrations- und Leistungsdefiziten sowie zu unnatürlichen Bewegungsbotschaften während des Sitzens. Mit dem Bioswing-System optimiert sich die neuronale Vernetzung im Gehirn. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit bleiben erhalten bzw. verbessern sich signifikant. Die Muskulatur erhält während des Sitzens automatisch die natürlichen Bewegungsbotschaften im Rhythmus des Körpers, reflektierend aus der rhythmisch beweglichen 3D-Technologie des Bioswing-3D-Sitzwerks zwischen 0,7 und 2,8 Schwingungen pro Sekunde. Gehen wir weiter zur Muskulatur. Diese ermöglicht Bewegungen und trägt das Skelett, richtet den Körper auf, stabilisiert die dynamischen Bewegungsabläufe und lässt die Wirbelsäule optimal funktionieren. Die Wirbelkörper – das sind einzelne Segmente der Wirbelsäule, welche die Bandscheiben einbinden und von der tiefliegenden bzw. körperstammnahen Muskelschicht mitgetragen werden. Diese rund 150 kleinen Muskeln verlaufen von Wirbel zu Wirbel. Sie ermöglichen die feinen und kleinen Bewegungen und gewährleisten somit eine optimale Körperkoordination bzw. Feinmotorik. Die uneingeschränkte Mobilität der Wirbelsäule und Bandscheiben wird dadurch aufrechterhalten. Diese Segmente werden wiederum von der mittleren Muskelschicht umhüllt und geschützt und stehen in Interaktion mit der obersten Muskelschicht, die im Wesentlichen für die Grobmotorik oder für die übergreifenden Bewegungsabläufe zuständig ist. Gesamtheitlich betrachtet ergeben diese drei Muskelschichten eine Art Muskelgeflecht, welches den Körper bewegt bzw. die Dynamik ermöglicht, gleichzeitig die Wirbelsäule und Bandscheiben im Bewegungskonzert mobil und gesund hält und Bewegungen ökonomisch und effizient ausführt. Ausgangspunkt jeder Bewegung ist allerdings das Gehirn. Von hier aus kommen die Bewegungsbotschaften zur Muskulatur hin und wird die Körpermotorik gesteuert. Wir sprechen deshalb von einem Steuer- und Regelkreis-System in unserem Körper, das ökonomisch und effizient arbeitet und auch während des Sitzens funktionsfähig bleiben muss, um leistungsfähig und gesund zu bleiben. Weiter zu den Bandscheiben. Eine gleichmäßige Druckverteilung auf diese Wirbelpuffer und Elastikelemente ist hier elementar, um die Bandscheiben zu schützen und deren Flexibilität zu gewährleisten. Die Einzelelemente der Wirbelsäule brauchen regelmäßig dynamische und rhythmische Bewegungen, um sich mit Nährflüssigkeit zu versorgen und nicht an Flexibilität zu verlieren. Das Bioswing 3D-Sitzwerk liefert diese automatisch, sobald man Platz nimmt. Bioswing liefert Ihnen durch die rhythmische 3D-Technologie des 3D-Sitzwerks automatisch Treibstoff für Körper und Geist während des Sitzens und somit Training, ohne dass Sie bewusst daran denken müssen.